Servus liebe Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Art in Dark Souls 3. Weiter geht es natürlich hier mit den Questlines, soweit das natürlich möglich ist und wir das hinkriegen. Ja, genau, eine letzte Trophy oder eine der letzten Trophies haben wir schon erhalten beim letzten Mal. Genau, Aldrich ist down. Jetzt muss ich nur gerade nochmal kurz überlegen, das heißt, will ich jetzt hier... Da muss ich... Genau. Gehen wir da rein, kriege ich von Joschka, weil wir machen jetzt hier die Siegwart-Quest weiter. Ja, mit hier Irithil, Kerker und so weiter, dann können wir da natürlich auch nochmal einen Ring abgreifen. Automatisch, mehr oder weniger direkt bei Siegwart dann. Pio, Joel-Quest-Reihe ist soweit fertig. Da muss er nur noch den Endboss besiegen. Sirius kann man natürlich auch noch machen, nachdem wir natürlich auch den Prinzen besiegt haben. Vorher geht das auch nicht. Ähm, ja. Aber da schauen wir jetzt mal, was wir so alles hinkriegen. Äh, hä? Ne, Moment, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Falscher Ausgang. Scheiße. Äh. Äh, ich glaube, der ist es dann. Äh, ja. Runter wird es immer gut, weil genau da hin müssen wir. So. Schauen wir da doch gleich einfach mal. Ja, ich muss natürlich jetzt wieder ganz runter hier. Der Irithil. Ja. Und dann endet ja die Quest-Line von Siegwart. Bei Jorm. Ähm, ja. Daher müssen wir dann. Dann wäre die Quest-Reihe auch komplett. Pio. Nö. Finde ich gut. Zum Glück habe ich hier Anri nicht verkackt. Bei ihm vorletzten Mal, glaube ich, war er nett. Oder auch beim letzten Mal. Da habe ich das gemacht beim letzten Mal, glaube ich. Äh. Dann geht das eigentlich noch? Nee. Gott. Dann ist es egal. Kann man auch das Schild drin lassen. Hö. 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 So. Alle klar. Weiter. Ab da runter. Ach ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, mal gucken, was wir dann jetzt hier hinkriegen. Mit dem Run hier. Au. Das war alles klar. Äh. Gott. So, so, wenn ich es jetzt noch weiß, werde ich gleich ihn wedet. Oder? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ach, doch hier. Alva. So. Genau, da sind wir zumindest schon mal im Kerker. Ach ja, das geht ja jetzt nicht. Lass die von der Seite nicht öffnen. Ach, wo ist Alva? Da. Oh, ich das hier hasse. Gott. So. So. Mann, 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 Mann. Los, kack ab. Da, Alva. Na, endlich. Gut. Da ist er weg. Wenn es da. Murakumo. Alte Gegner hatte ich, glaube ich, noch gar nie, ne? Ich glaube, der ist nur hier, oder? New Game Plus. Hm. Oder irgendwie sowas. So. Äh. Ne, halt hier ist generell nichts. Da renne ich jetzt auch noch dran vorbei. Ja, das ist auch nichts. Ich muss natürlich hier, als ob man nur den Schlüssel etc. finden. So. Boah, können wir natürlich mit M. Äh. Okay, jetzt sind wir hier. Ah, alles klar. Ich glaube, hier komme ich jetzt doch gar nicht rein, ne? Ne, das hier würde ich ja nicht öffnen, alles klar. Alter. Haut doch ab. So. Ne. Penner. Genau, sehr schön. Heimat-Klon brauche ich zwar jetzt eh nicht mehr, aber ist egal. Nehmen wir natürlich mit, ne? Gott. Die Truhe ist mir jetzt gerade auch aus mal egal. Mann. Ja, okay. Gott. Weiter im Text. Spitzhacke. Spitzhacke. Na, da gibt es uns nichts. Au. Gut, die werde ich jetzt vernichten, weil die regen mich sonst auf hier, wenn sie mir die ganze Zeit hinterher eiern hier. So. Äh. Jupp. Genau da hinten. So. Einmal hier. Alter Zellisch. Das ist sehr schön. Äh. Fuck. Das ist auch noch eine Mimik hier. Hä? Klauen bringen. Einmal da. Hä? Dämmliche Frösche. Ganz vergessen, die dann ja mit der Truhe hier getriggert. So. Genau. Jetzt mal hier noch mit den Papi umhauen. Wenn ich hier zukomme. Und bevorzum ich sterbe. Äh. So. Mann, Mann, Mann. Äh. Gott. Und wenn wir hier. Stimmt. Jetzt muss ich ja hier einmal durch. Ja gut. So lange jetzt nur das hier ist. Ist es okay. Äh. Naja. Bin ich jetzt eigentlich schon zu weit. Äh. Äh. Da bergst. Nope. Äh. Scheiße. Bin ich jetzt schon falsch gelaufen oder was? Ja. Da muss ich jetzt aber auch noch. Stimmt. Da ist hier die Carla drin. Da brauche ich aber glaube ich hier die Asche hier. Die Wage vorgebracht. Und der. So. Ich wollte gleich hier aufstellen und hier hinten reinfallen. Machen die lieber mal gleich hier. Gut. Ah, der ja noch. Oh ne. Es gibt keinen Sinn. Die Kohle. Fört mir da gerade so ein. Ähm. Shit. Wie war denn das? Ne. Scheiße, 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 scheiße. Äh. Ach ja. Hier würde ich ja jetzt dann rüberkommen. Genau. Einmal so das hier. Was soll's. Hüpp. So. Genau. Aber wo zur Hölle krieg ich doch jetzt hier das nochmal her. Hm. War doch hier. Ich muss auf jeden Fall, ne, nicht da hin. Ach Gott. Bin ich dämlich. Ja. Ich muss natürlich da hinten hin. So siegwart. Oh mein Gott. Juh. Genau. Weil der ist ja. Da hinten dann gefangen. Halt, Moment. Das Ding schickt nochmal sicher das Haar wieder hoch. Ja. Gott. Dahin muss ich glaube ich für den Ring auch. Sicher bin ich mir da jetzt aber nicht mehr. Die Ringe machen wir auch wieder ganz zum Schluss hier. Als Cleanup. Ähm. Jupp. Genau. Da kommen wir dann da her. Nein, 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 nein. Wow. Krasse Scheiße. Hä. Okay. Jetzt warte ich gerade erst mal kurz. Äh. Ja, 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 ja. Das war eigentlich. Da kommen wir auch voll hier. Ja, passt schon. So. Und das hier auch nochmal noch mit dem gerade. Ja. Man weiß ja nie. Gott. Jetzt aber hier. Jupp. Na, hier hin. Höpp. Höpp. Gut. Alle Klärchen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Genau, stimmt. Und hier muss ich dann weiter. Ach je. Wat ein Fail. Ja, gut. Ja, muss mich ja sowieso töten. Von daher ist es ganz praktisch. Mit der Quest 3 eigentlich noch mit. So. Depp, 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 depp. Gott. Das muss ich doch auch. Äh. Au. Bist ja doch nochmal gerade überlegen hier. Das war jetzt auch nicht hier. Hä? Ach ne, war das jetzt falsch? Ja, ne? Scheiße. Falsche Richtung. Dup, depp, 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 depp. Oh man. Kurzer geht echt jetzt vor der Wind. Na los. Boah, jetzt haben sie extra ja mal hier noch, äh, schon etwas länger her, die Range hier angepasst. Dass dann öfters beschworen werden soll. Von Dunkelmond her, davon wäre es sicher aber jetzt noch nichts. Und so hoch bin ich garantiert nicht. Dass er mich da nicht irgendwie beschweren kann. Äh. War es jetzt hier lang? Äh. Hä? Äh. Fuck. Ich glaube, ich gehe da jetzt nochmal hin. Ah, hier. Lol. Oh mein Gott. So. Gut. Boah, halbwegs zerschrocken mit diesem Scheiß-Schatten da. Moment war ja nicht noch irgendwas. Doch, hier. Ne, rostige Goldmünze. Genau. Brauche ich ja zum Farmen. Das ganze Zeug hier. Höp. Au. So, die lasse ich wieder außen vor. Dopp, 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 dopp. Denn da oben kill ich natürlich wieder, den Mage da. Weil genau da muss ich dann rüberjumpen und das ist ja sonst assi. Wenn er mir hier da unten rücken fällt. Oder schießt. Zaubert. So. Na. Oh. Ja, zählfix. Geht doch. Gut. Die Schriftrolle von Logan. Genau. Na, probiere ich jetzt mal, ob ich da rüberkomme. Jopp. Auf Anhieb, wenn ich das gedacht. Gut. Das ist nix. Da ist er. Alter, Zählschlüsse benutzt. Jopp. Jopp. Ja, eine Titanitscholle, for free. Ja, dann nehmen wir jetzt auch mal noch den hier zum Farmen. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja. Alles klar. Das haben wir jetzt soweit. Dann könnten wir jetzt eigentlich, ja hier ist echt nichts mehr, zum Boss gehen. Gerade dort sind wir nochmal. Nö, passt. Ja, machen wir es gerade so. Und, jo. Ab zum Boss. Und da ist dann hier der Rest vom Siegwart. So, es ist aber sicher sein, wo ich jetzt nicht weiß, ob das zählt. So. Kann man jetzt in dem Fall auch nochmal gleich umswitchen von der hier. Auf, wenn ich ihn finde. Ach, wo ist er? Ich brauche ja hier, nein. Denner. Sturmherrscher. Gut. Den brauchen wir hier. Ab zum Boss. Bevorzug treffen die mich jetzt nicht. Na, da komm. Sehr schön. Ja, da müsste da jetzt auch noch eine zusätzliche Sequenz getriggert werden. Die ich beim Ostenrein so nicht gesehen habe. Weil es die da nicht gibt. Au. So, da haben wir schon. Ja. Da ist er. Ja. Old friend. I, secret of the Knights of Katarina, have come to uphold my quest. The sun shines upon this lord of Cinder. Ja. Ja, genau, das ist neu, und er hat auch die gleichen, welche Waffe jetzt nicht, Sturmherrscher. Theoretisch schafft er mittlerweile auch hier, oder er schafft es generell, den Fall hier sogar alleine. Also im Prinzip, er prüft sich gar nichts machen, aber das wäre natürlich langweilig. Äh, hallo? Machst du jetzt mal bitte was anderes? Hä? Ja, ob man wieder zieht, ne? Hä? Komisch. Ich hab das doch aktiv. Okay, war es jetzt jetzt auch wieder. Keine Ahnung, was da denn gerade los war. So, nochmal. Oh, ja, Double Action mit Siegbarb. Oh, fuck ja. Ah, nice, er hat ihn gefüllt. Hehe, nice. Ja, gut. Asche, ich muss es gefallen. Genau. Also. So. Oh, warte mal, ich fahr mal, ich hab so kurz gemacht, dass hier dieser komische Sound da weg ist. Äh, wo ist es da? Gut. Oh, das ist das, ich bin in deinem Geld. Meine Dank. Ich hätte nicht gehalten, meine Promete, ohne dich. Jetzt, für eine Finale. Für deine Valor. Und mein altes Freund, du... Long may the sun shut. Hahaha. 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 Well, the only thing to do, really. You are a true friend. Best of luck with your duty. Oh. Genau. Oh. So, das kennen wir ja dann alle schon. Hat ja nichts mehr mit Siegwart zu tun. Alles war so an sich die Questline. Jetzt können wir natürlich ja nur mal gleich mal gucken. Nachdem ich jetzt bei ihr hier war und am besten auch gleich jetzt noch den Dance Room gebasht habe. Gehen wir nämlich dahin nochmal zurück. Um auch so dann hier seine Rüstung an uns zu nehmen. Das ist natürlich die Alternative. Gegenüber Patches umhauen. Jo. So. Na. Prinz Lothric ist in deinen Händen. Bitte save his soul. Tell ihm, was er muss sein. Ein Lord. Ja. Ja. Können wir machen. So. Äh. Ach ja, da ist jetzt noch gar kein Ding dran. So, sehr schön. Dann triggeren wir halt mal kurz einen Dancer. Oh. Oh. Gut. Na komm, schwing dich. Dance, dance, dance. Au. Au. Okay, tatsächlich, ich bin jetzt einer getroffen. Scheiße. Hm. Hä? Nein, ich wollte gerade wegrollen, aber kam nicht mehr weg, wenn ich irgendwo drin gesteckt habe. Wupp, wupp. Wupp, wupp. 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 Gott, alles klar, ich hätte mir noch ganz gerne die Seelen wundern, danke, oh Alter, immer 180.000, so, genau, jetzt müssen wir aber nochmal kurz hier dahin, zu Jorm, da kann ich euch doch mal schnell zeigen mit der Rüstung, von dem, genau, drei Aschifürsten sind ja down, ja doch, passt ja, genau, können wir jetzt direkt weiter gehen, Richtung Prinz, so, erstmal mal gerade kurz hier, das hier, machen wir das Ding zweimal, und jetzt genau hier hinten in der Mitte, lässt sich aber wohl darauf schließen, dass Siegwart jetzt komplett clear ist hier, Ja, na, das war's, komplette Rüstung von Siegwart, und ja, somit ist er fälsch, gut, dann gehen wir jetzt mal gerade hier Feuerbahn schreien, aber ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, wie, ah, wie kriegt denn die Carla da raus, hä, ah, um um die Musik herauskriegen und ich weiß gerade so nicht mehr wie ich im Moment holen die Uhr da nehmen wir jetzt dann das passt erstmal dicke würde ich meinen machen wir hier nochmal ich kann 4 Level weil hier gerade mal 2 ohne die Kondition so alle klar so jetzt haben wir noch 33.000 mal Vielen Dank.